Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Fall Guys Season 2 Shop Folge. Und bevor wir in den Shop gehen, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass die Season sich verlängert hat. Wir gehen mal schnell in den Battle Pass und gucken mal nach. Ursprünglich war ja Montag, der 7. Dezember geplant. Jetzt haben wir hier, seht ihr oben, dass die Season in 9 Tagen erst endet. Das heißt, Stand heute wäre das dann der 11. Dezember, was dann nächste Woche Freitag wäre. Also tatsächlich 5 Tage Verlängerung und eventuell kommen dann doch noch ein paar weitere Sachen in den Shop zu den Angeboten. Und deswegen gehen wir jetzt auch mal schnell in den Shop und gucken uns mal die normalen Dinge an, weil die Angebote sich ja noch nicht aktualisiert haben. Da haben wir das Oberteil Horny. Das Oberteil Wolli. Dann haben wir hier den Farbverlauf als Muster. Das T-Shirt. Dann das Oberteil Hu. Und Oberteil Blumentopf. Also wieder mal nichts allzu spannendes im Shop. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich gehe jetzt weiter auf Kronenjagd und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Also macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.